Wie, nicht einmal bloß getroffen? Was war das denn? Ja, komm hoch. Was? Ich bin ein Noob. Ja, komm schon. Ach, Leute. Die hat noch nicht einen Kopf verloren. Was ist das denn? Vielleicht ist sie doch härter. Oh doch, da war ein Kopf weg. Die zweite? Nee, das ist der erste. Ach, Mensch. Ich treffe gar keinen hier. Okay. Komm schon, Hydra. Beiss zu. Die verliert nicht einen Kopf. Okay. Okay. Ah, wird schon. Was ist denn? Oh, ich sehe gar nichts. Okay. Okay. Nacht, das ist nur... Okay, wieder ein Hydrakop weg. Ich habe sie getroffen. Ich habe es genau gesehen. Ach, sie wandert. Wunderbar. Die rechte Seite ist weg. Jetzt noch die linke. Oh, wir erscheinen, äh, leiden, kein Schaden. Erscheiden, okay. Hm, es sind nur noch drei Köpfe, das muss doch wohl klappen. Oh, sie ist tot, ohne dass wir alle Köpfe abgehakt haben. Drachenstein. Naja, so geht es eben auch. 10.000 Seelen, die wir behalten dürfen. Und wir gucken noch, was das hier für ein Lootteil ist. Auch noch ein Drachenstein. Wie viele Drachensteine finden wir denn? Das ist ja der Wahnsinn. Kommt mir vor, als wäre das ein Drachensee. Gut, das wäre geschafft. Jetzt auf zur anderen Seite. Aber was ist das? Hier gibt es Loot. Oh, ich dachte schon, das wäre ein Monster, das aufsteht. Noch ein Drachenstein. Da haben wir doch bestimmt schon fast 10 Stück. Es tut mir leid, meine Stimme will heute nicht mehr. Wir laufen jetzt hinten rum. Komm schon, lass mich rüber. Ich verpasse doch so viel. Oh nein, schon wieder Muscheln. Nee, die brauche ich nicht verpassen. Okay. Na Muscheli? Komm mal her. Ja, ihr geht. Ihr seid jetzt nicht schwer. Vor allem macht ihr nicht viel Schaden. Zumindest klaut ihr mir nicht viel Stamina. Und das war's. Funkeltitanit. Hallo Muschel. Ich habe ja lange keine mehr gesehen. Nee, 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 nee. Da möchte ich was trinken. Darauf trinken wir einen. Komm. Ihr werdet nicht nach mir geschnappt, du dreckiges Muschelfieh. Hier gibt's keinen Gegenstand. Na gut. Und auch sonst gibt's hier irgendwie nichts, außer sehr viel Sand. Einen Strand. Es ist eben ein Aschesee, nicht? Und was ist das? Lass mich raten. Ein Drachenstein. Na wie außergewöhnlich. Okay. Wir sind an einem Baum angekommen. Und haben bisher noch kein weiteres Leuchtfeuer gefunden. Ich bin schon froh, dass wir eins bei Zwiebelkopf und Zwiebelköpfin gefunden haben. Das ist schon ganz nett. Dieser Baum kann auch bestiegen werden. Nein. Keine Versteinerung. Danke. Ah, hier geht's rein. Na, wieder mit einer Pilzfamilie? Nee, diesmal ohne. Oh, nee, doch mit. Wir machen sehr viel Schaden an dem Pilzkopf. Auge des Todes. Auge des Todes. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das ist ein ganz schön dicker Pilz. Ach, komm, trink noch einen. Auf den Pilz. Kein Backstabbing bei ihm, aber das brauchen wir auch nicht. Er ist tot. Ach, und hier geht's wieder raus, ja? Da können wir ja nicht viel machen. Aber wir können doch mal nach oben gucken, oder? Da ist noch Loot. Wie kommt man denn da hin? Das ist eine lange Sprunggesellschaft hier, wa? Ja, keine Ahnung, wie man da hinkommt. Wir gehen wieder raus. Gut, ich muss mich jetzt nicht mit solchen Bäumen hier aufhalten. Solange die nichts Besonderes haben, muss ich da auch nicht hin. Obwohl das so aussieht, als wenn man von oben noch rein kann. Das will ich noch versuchen. Ach. Eine Muschel. Du hast aber eine schöne Sandbank gebaut. Ja, ist ja fein gemacht. Geschafft. Da ist noch ein Weg, mit noch einem Baum. Der noch viel größer ist, als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Kann man da wirklich hin? Ich laufe nirgendwo hin, wo ich nicht weiß, dass ich sicher bin. Das könnt ihr vergessen. Sieht zwar so aus, als wenn man da hochlaufen kann, aber ich glaube nicht an dieses Wasser. Da bin ich dann doch zu ängstlich. Ein kleiner winselnder Bisou. Bisher ist hier nichts. Nur ein langer Weg. Ich meine, es sieht episch aus. Es ist absolut episch. Und das alles noch, bevor wir zu Gwyn kommen. Freut mich natürlich sehr. Oh nein. Oh nein. Ob der mich wohl lieb hat? Immerhin habe ich hier ein Leuchtfeuer. Hallo. Oh. Und ich kann sogar schon ran. Hallo, Herr Drache. Zu den immerwährenden Drachen beten. Eid leisten. Eid Pfad der Drachen. Was auch immer das für ein Pfad ist. Drachenkopfstein und Drachenauge bekommen. Drachenstein darbieten. Ja. Ja. Du hast den Eid vertieft. Ich weiß nicht, wie viele muss man denn darbieten. Das kann noch ein bisschen dauern hier. Ich weiß nicht, wie viele Drachensteine ich habe. War das jetzt der vierte oder der fünfte? Nee, ich glaube der vierte, ne? Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Okay, Drachenstein fehlt. Acht Stück. Das ist doch schon mal gut. Ich glaube nicht, dass ich in das Wasser rein kann. Ich kann um ihn herum, aber das war's dann. So, wir sind hier schon mal gebunden. Das ist gut. Und jetzt? Das war's? Das war ein ganzes Gebiet? Nicht ernsthaft. Wo sind die Bosse? Wo geht die Party ab? Das muss doch knallen. Mann, Mann, Mann doch. Sag mir nicht, die Hydra war das einzige, was man hier finden konnte. Dabei sieht der Baum so episch aus. Aber man kann da nicht rauf. Wenn ich das versuche, stürze ich runter. Nee, das war's wohl. Ich guck noch mal nach, ob ich irgendwas im Internet darüber finde. Ich danke euch fürs Ansehen. Aber ansonsten sehen wir uns im nächsten Part bei Gwyn. Mal gucken. Bis gleich. Okay. Bye. Bye. Bye.